Seit dem 15. März können sich Fans von Aufbaustrategie auf ein neues Spiel stürzen, das reichlich Abwechslung von den Genre-Standards verspricht. Workers and Resources – Soviet Republic ersetzt die satten Farben und die gemütliche Wuselstimmung von Anno, Die Siedler und Co. durch gnadenlos graue Ostblock-Ästhetik. Statt einer sonnigen Insel im Südpazifik lenken wir hier die Geschicke einer Plattenbau-Kleinstadt im osteuropäischen Hinterland und müssen komplizierte Wirtschaftskreisläufe in Schwung bringen, um Arbeiter und Geldbeutel gleichermaßen glücklich zu machen. Noch befindet sich das Spiel im Early Access, einen ersten Blick haben wir trotzdem schon gewagt und dabei gleich mehrere Städte in den Ruinen getrieben, aber irgendwie passt das ja ganz gut zum Thema der Simulation. Unsere Reise in den Ostblock beginnt ganz vielversprechend. Vor jedem neuen Spiel dürfen wir eine ganze Reihe von Einstellungen an unseren Geschmack anpassen und damit selbst bestimmen, wie schwer wir es uns machen wollen. Neben optischen Spielereien, wie einem ausschaltbaren Tag-Nacht-Wechsel, können hier auch zentrale Spielelemente aktiviert oder deaktiviert werden. Wer also keine Lust hat, stundenlang an der perfekten Energieversorgung herumzutüfteln, schaltet dieses Feature ganz einfach aus. Wer sich hingegen eine Extraportion Realismus wünscht, kann beispielsweise die Simulation der Bildung auf Komplex stellen und darf dann mit Ansehen, wie Eltern nicht zur Arbeit gehen, solange ihre Kinder keine Schule in der Nähe haben, die ihre Schützlinge besuchen können. Diese Anpassungsmöglichkeiten sind in der Theorie klasse, die anfängliche Euphorie darüber kann aber schnell an der Realität der virtuellen Spielwelt zerbrechen. Denn wo uns im Hauptmenü noch kurze Info-Einblendungen erklären, welche Einstellungen welche Folgen in der Spielwelt haben, erwartet uns im laufenden Spiel nichts außer eine gehörige Portion Überforderung und Hilflosigkeit. Selbst erfahrene Aufbauspieler werden hier erstmal ganz schön dumm aus der Wäsche schauen. Während wir beispielsweise in vergleichbaren Spielen gewohnt sind, nach und nach Produktions- und Gebäudeketten freizuschalten, präsentiert uns Workers and Resources Sowjet Republic direkt zu Spielbeginn eine erschlagende Auswahl an Bausubstanz. Sage und schreibe 14 unterschiedliche zivile Gebäude stehen uns ab der ersten Spielminute zur Unterbringung unserer Arbeiter zur Verfügung. In erster Linie unterscheiden die sich durch ihre Größe und Dachbedeckung voneinander. Zumindest auf den ersten Blick, wo genau der Unterschied zwischen identisch großen Plattenbauten und Ziegelhäusern ist, können wir nur erraten, denn ein echtes Tutorial gibt es einfach noch nicht. Die einzige Hilfe, die uns das Spiel an die Hand gibt, ist ein recht lieblos zusammengewürfelter Fragen- und Antwortkatalog, der unsere drängendsten Fragezeichen mit staubtrockenen und überlangen Erklärbärtexten zu beantworten versucht. Viele der Erklärungen bleiben dabei auf einem so oberflächlichen Niveau, dass wir nach der minutenlangen Lektüre oftmals auch nicht klüger geworden sind. Ärgerlicherweise kommen wir trotzdem kaum um dieses riesige Handbuch herum, denn Workers and Resources ist ein extrem komplexes Aufbauspiel, das uns nicht nur mit unerklärten Spielsystemen, sondern auch mit Einwohnern konfrontiert, deren Eigeninitiative irgendwo zwischen Zombie und kopflosem Huhn schlingert. Aber lassen wir doch das Spiel für sich sprechen. Hier starten wir eine neue Runde, nachdem wir uns bereits eingehend mit dem In-Game Handbuch und einigen Guides erfahrener Spieler auseinandergesetzt haben. Trotzdem stoßen wir bereits beim Bau der ersten Wohnhäuser auf unerwartete Probleme. Offenbar ist die Steigung vor den Unterkünften zu steil, sodass wir keine Asphaltstraße planieren dürfen, die die Wohnhäuser miteinander verbindet. Weil uns keine andere Wahl bleibt, entscheiden wir uns für den Abriss der Gebäude. Allerdings sind in der Zwischenzeit bereits die ersten Bewohner eingezogen und hindern uns daran, mit der Abrisskugel anzurollen. Also müssen wir zuerst neue Wohnhäuser errichten und per Mausklick alle Bewohner einzeln in die nun leer stehenden Wohnungen transferieren. Allerdings sind auch dort direkt nach Bauschluss die ersten Menschen eingezogen, sodass der verfügbare Wohnraum nicht ausreicht und wir noch mehr Wohnungen bauen müssen. Und das alles nur, weil uns ein kleiner Hügel den Straßenbau verboten hat. Das kann alles ganz schön frustrierend sein, es hat aber auch einen gewissen Reiz und irgendwie passt es, wie schon erwähnt, sehr gut zum ganzen Setting des Spiels. Wir starten derweil einen neuen Versuch, errichten diesmal die Wohnhäuser penibel sorgfältig auf einem ebenen Plateau und verbinden die Gebäude. Mehr schlecht als recht, aber besser geht das hier kaum mit dem Straßensystem. Anschließend errichten wir ein großes Kaufhaus, um die Grundbedürfnisse unserer Einwohner zu decken und eine Fleischerei samt Viehzucht, um zumindest die saftigen Hüftsteaks nicht teuer importieren zu müssen, sondern selbst herstellen zu können. Doch dieses ehrhafte Unterfangen stellt sich als fast unüberwindlicher Stolperstein für unsere aufstrebende Kleinstadt heraus. Niemand scheint dort arbeiten zu wollen. Die Lösung für das Problem ist nicht etwa ein attraktiverer Arbeitsplatz oder eine Umschulung, sondern die Einrichtung einer Bushaltestelle vor Ort. Denn unsere Einwohner laufen nur ungern weiter als bis zum großen Kaufhaus und zurück. Doch damit ist der Infrastruktur-Albtraum noch nicht vorbei. Während sich die Einwohner bereits grundlos an der Busstation versammeln, errichten wir einen Tourpark und kaufen zwei Busse aus Ostdeutschland, die den Grundstein für unsere öffentlichen Verkehrsmittel legen sollen. Nun noch per Hand alle Gebäude und Bushaltestellen zu einem Fahrplan zusammenklicken und endlich rollt der Omnibus auf die Asphaltstraße und sammelt die Einwohner ein, die nun brav zur Fleischerei fahren. Produziert wird hier allerdings aus uns unbekannten Gründen noch nichts und während wir noch damit beschäftigt sind, die Lösung unseres neuen Problems zu finden, fängt die gegenüberliegende Viehzucht Feuer. Also unterbrechen wir den autodidaktischen Lehrgang rund um die Fleischwirtschaft und versuchen herauszufinden, wie wir eine funktionierende Feuerwache errichten, die sich auch tatsächlich um den Brandherd kümmert. Bis uns das allerdings gelingt, ist das Gebäude längst bis auf die Grundfesten niedergebrannt. Ach, es ist wirklich kein leichtes Leben im Ostblock. Wir haben lange nicht mehr so eine anspruchsvolle und komplexe Aufbausimulation wie Workers and Resources Soviet Republic gespielt. All das, was wir in Spielen wie Anno, Tropico und Siedler als Komfortfunktion zu schätzen gelernt haben, wird hier in möglichst kleine Zwischenschritte aufgespalten. Während in SimCity ein Kraftwerk und Strommasten genügen, um Strom in die Häuser zu bringen, müssen wir hier ein kompliziertes System aus Umspannwerken, Trafohäusern und Kraftwerkketten errichten, dass sich seit Early Access Release des Spiels erfahrenere Spieler auf seitenlangen Guides zu erklären versuchen. Importtabellen, Profitberichte und Umsatzprognosen überschütten uns mit Informationen, um die wir vor allem in den ersten Spielminuten nie gebeten haben, während wir uns minutenlang durch verschachtete Menüs klicken und versuchen, uns einen Überblick über unsere Möglichkeiten zu verschaffen. Hardcore-Fans des Genres, die sich gerne in hochkomplexe Wirtschaftskreisläufe und Infrastrukturbaustellen einarbeiten, wird das gefallen. Alle anderen sollten den Ausflug in den virtuellen Ostblock allerdings noch ein wenig verschieben, zumindest bis das slowakische Entwicklerstudio etwas mehr Klarheit ins Spiel gebracht hat. Und dafür will sich das Team von 3D Vision zwischen 12 und 24 Monaten Zeit lassen. Bis zum geplanten Ende der Early Access Phase wird sich der Preis von derzeit 22 Euro wahrscheinlich noch erhöhen. Es sind aber auch schon konkrete neue Inhalte wie Schiffe und Flugzeuge oder auch Spielmechaniken wie Demonstrationen oder aus dem Staat fliehende Bürger geplant. Damit wird das Spiel dann auch noch eine ganz andere politische Dimension bekommen, die sich bei diesem Thema natürlich anbietet, aber bei deren Umsetzung auch Fingerspitzengefühl gefordert ist. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es mit Workers & Resources Soviet Republic bis zum Release weitergeht. Schließlich sind das Setting und die komplexen Systeme ein solider Ausgangspunkt, dem jetzt allerdings noch sehr viel Feinschliff fehlt.